Worte geboren, meine Legende, wurde geboren, FC Karlsruhe, eine Stadt, ein zu ein, und ein Zünder aus uns, die wir jetzt machen. Wir sind Erster der ewigen Mineral-Oberliga-Tabelle. Halbfinale im Europapokal gegen Atletico Madrid. Europapokal, Rom, Valencia, Newport County und Lissanon. Alle schünen gegen uns aus. Hier ist das Paradies. Hier ist das Ernst-Abbe-Sportfeld. Hier ist Thüringens Nummer 1. Die Mannschaft-Aufstellung des FC Karlsruhe, im Tor die 1, Wild Thing, Kasten, die 2, Tim, die 4, Lube, die 8, Ralf, die 9, Salvatore, die 10, André, die 11, Sebastian, die 14, Marco, die 15, Amadeus, die 20, der Käpt'n Niel, die 30, René, unser Kurz heißt René. Auf der Bank im ersten Mal Platz, Daniel Kraus mit der 12, die 3, André Schmidt, die 6, Karstic Spresser, die 17, Nils Pedersen, die 18, Tim Bunker, die 24, Martin Ullmann, und die 26, Patrick Anrein. Der FC Karlsruhe bedankt sich heute über seinen heutigen Gaston, der Analytik G. Inhalt AG. der Analytik G. Inhalt AG. Der FC Karlsruhe. Der FC Karlsruhe. Der FC Karlsruhe.